Es ist sicher sehr wichtig, dass wir weiterhin Gastronomen haben, die aktiv bleiben, die versuchen etwas zu machen, auch in der Situation versuchen, das Beste herauszuholen. Und dadurch ist es sicher eine spezielle Situation, wenn man Gäste und Leute mobilisieren konnte und am Schluss so eine Preise gewinnen konnte. Es ist ein crazy Jahr, auch für uns. Dieses Jahr haben wir unser 125-jähriges Jubiläum und auch nicht so feiern und umsetzen, wie wir uns das vorgestellt haben. Besonders in diesem schwierigen Jahr freut es mich, dass wir so mutige und innovative Betriebe wie das Fredys in Winterthur auszeichnen können, mit dem ersten Platz in der Kategorie Activity wohlverdient. Herzlichen Glückwunsch! Uns von der Telco liegen Gastronominnen und Gastronomen am Herzen. Es gibt zwischen der beruflichen Vorsorge und der Gastronomie die eine oder andere Gemeinsamkeit. Auch bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Jeder möchte umsorgt werden und eine persönliche Dienstleistung bekommen. Giuseppe, was meinst du, was kann so ein Avard bewirken für einen Betrieb wie der gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt? Ja, sicher mal, dass alle neugierig werben auf sein Konzept und das mal schauen, wer ist das überhaupt? Wieder eine zweite Neueröffnung, eine zweite Chance eigentlich auch, dass die Leute merken, es ist doch noch ein Gastronom da, der etwas Neues aufgemacht hat. Die Gastronomie lebt uns am Herzen. Die Gastronomie ist eine sehr, sehr wichtige Kundschaft, wo wir mit ihnen leben können und ich hoffe, in diesen schweren Zeiten einen kleinen Beitrag leisten können und in ein positives neues Jahr blicken können. Gmür wird das Jahr 70 und seit 1951 sind wir immer innovativ gewesen, wir sind immer Trendsetter gewesen. Uns hat es an jeder IGO mit einer spinnigen Überraschung und darum unterstützen wir sehr gerne die trendigsten Gastronomen. Ja, besonders für uns ist auch Gastronomie unheimlich wichtig, weil es sind auch unsere Kunden und wir wollen natürlich, dass der Gastronomie gut geht und darum sind wir gerne bereit, bei Best of Swiss Gastro mitzumachen als einer der Top-Unterstützer von der einheimischen Gastronomie und sind wir da mit voller Kraft dabei, We Love Gastro. Als innovativer Food-Service-Produzent wie wir sind, ist es ganz wichtig, dass wir auch innovative Konzepte fördern und unterstützen und dementsprechend matchen das für uns perfekt.